Als nächstes richten wir die Präsentation nun so ein, dass sie automatisch abgespielt werden kann, dass also Besucherinnen und Besucher bei dir diesen Reisebericht selbstständig anschauen können. Hierfür gehen wir auf Bildschirmpräsentation und da auf Bildschirmpräsentation aufzeichnen. Und wenn du jetzt den Rekord-Button drückst, so beginnt PowerPoint die Anzeigedauer für jede Folie aufzuzeichnen. Ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf, einfach damit man das Funktionsprinzip sieht. Herzlich willkommen zum Reisebericht. Wir reisten mit dem Nachtzug nach Berlin und anschließend brauchten wir noch mal so einen Garten. Ja, das siehst, insgesamt haben wir 31 Sekunden gebraucht. Falls du jetzt für eine einzelne Folie die Aufnahmedauer noch etwas anpassen möchtest, so kannst du das erneut tun. Ich beende jetzt diesen Modus. Im Folienübersichtsmodus siehst du für jede Folie die aufgezeichnete Zeit. Und wenn du die eine jetzt ändern möchtest, so wählst du sie aus. Du kannst sie hier löschen, nur für die aktuelle Folie und auch wieder erneut aufzeichnen. Nicht von Anfang an, sondern von aktueller Folie. Und wenn ich die Aufzeichnung beende, so wird die Zeit, nachdem ich kurz zurückgesprungen bin, neu angezeigt. Nun richten wir die Präsentation für die selbstständige Präsentation ein. Bildschirmpräsentation einrichten. Ansicht an einem Kiosk. Volle Bildschirmgrösse. Die Anzeigedauer wird natürlich hier automatisch verwendet. Und ich klicke auf OK. Wenn ich jetzt die Präsentation starte. Herzlich willkommen zum Reisebericht von... Wir reisten mit dem Nachtzug nach Berlin. Und anschließend brauchten wir... Ja, das tönt jetzt natürlich ein bisschen unbeholfen, weil ich ja immer weiter geschaltet habe. Und insofern meine Erzählung unterbrochen habe. Jetzt könnte man die Datei auch noch mit dem entsprechenden Format abspeichern. Zuerst mal nochmals einfach normal speichern. Und über Datei speichern unter. Wähle ich jetzt das Format Bildschirmpräsentation. Die hat die Endung ppsx. Und wiederum im Polenordner speichern. Hier haben wir sie. Ich werde gefragt, mit welchem Programm sie geöffnet werden soll. Ich tippe auf OK. Und sogleich wird sie abgespielt. Ohne dass ich in den Bearbeitungsbereich komme. Erstmal. Och belichern... which Fotot